Ihr könnt es jederzeit aufzeigen mit Fragen zum Inhalt des Films, zur Entstehungsgeschichte des Films, zum kreativen Prozess. Die Idee ist, dass wir den Max hier haben, der uns da einen Einblick gewährt und uns verständlich macht, wie dieser Film entstanden ist. Also insofern, falls es nicht schon eine Frage gibt, die auf den Lippen brennt, würde ich gerne wissen, was die Initialzündung von diesem Projekt war. Wie ist das dahergekommen? Ja, erstens nochmal danke fürs Kommen, danke fürs Hierbleiben. Der Film hat eine sehr ungewöhnliche Genesis und der Hintergrund ist der, dass Karl Schwanz hatte zwei Söhne. Berthold Schwanzer und Dr. Berthold Schwanzer ist heute hier bei uns und ich möchte ihn ganz, ganz lieb und persönlich und dankbar begrüßen, dass er heute hier ist. Und der Herr Dr. Schwanzer ist auch nicht ganz unbeteiligt, dass das, was hier heute auf der Leinwand zu sehen war, überhaupt zu sehen ist. Das erzähle ich dann gleich später, weil das Projekt war ein Herzensanliegen von seinem Bruder Martin Schwanzer, der seines Zeichens auch in Architekten und Immobilienentwickler war und es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, auch den Nachlass von Karl Schwanzer aufzubereiten und ihn in das Wienmuseum einzubringen. Das Wienmuseum nimmt das architektonische Erbe Wiens wahr und zwar nur von den größten Architekten von Lohs, Hoffmann und Wagner. Und Schwanzer gehört dorthin, da gibt es auch das Architekturzentrum, das sozusagen die Arbeiten aller anderen Architekten, die in Wien tätig sind, betreut. Und der Nachlass von Karl Schwanzer wurde wissenschaftlich aufbereitet und 1918, aus Anlass des 100. Geburtstags von Karl Schwanzer, ins Wienmuseum eingebracht. Und über eine gemeinsame Bekannte, die bei der Danksagung ganz oben steht, habe ich den Martin Schwanzer kennenlernen dürfen. Der wollte nämlich immer einen Film über Karl Schwanzer haben. Und zwar einen Kinophilm, also gleich richtig. Und ich habe gesagt, naja, wie viel haben Sie denn im Lotto gewonnen, damit wir das irgendwie realistischerweise angehen können, weil es ist eine relativ kostspielige Kunstform, insofern die Architektur nicht ganz unverwandt. Und dann haben wir lange herum diskutiert und dann haben wir eine Zwischenform gefunden und haben gesagt, jetzt machen wir, und er war ein unglaublich kreativer Kopf, sagt, wie wäre es denn mit einer Graphic Novel? Und dann haben der Benjamin Schwizinski von der Neuen Österreichischen Trickfilm, Animationskünstler und ich einen Comic gemacht über den Karl Schwanzer. Und dieser Comic wurde anlässlich der Einbringung des Nachlasses, das Cover zu ausgeschaut, ich habe noch immer Flyer da, die gibt es noch immer zu kaufen. Und dieser Comic ist erschienen im Birkhäuser Verlag und wurde damals den Gästen bei dieser Einbringung im Wienmuseum in die Hand gedrückt, in einer Vorform. Aber die Idee eines Films war damals noch dadurch lang nicht aus der Welt und dann war nämlich die Frage, wenn man einen architektonischen Nachlass in ein Museum einbringt, was macht man für einen Festakt? Da kann er nicht wirklich eine Band spielen, was tun wir? Und dann haben wir gesagt, naja, der Hofzarek, der schaute ihm ja irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit im Äußeren und im Temperament. Mit Karl Schwanzer, der könnte ich doch spielen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich schreibe dem Hofzarek einen Bühnenmonolog, montiert aus Texten von Karl Schwanzer, weil das war letztlich die kreative, tragende Säule dieses Projekts, waren die unglaublichen Schriften Karl Schwanzers über Kunst, Architektur. Die ganzen Gedanken, die Sie jetzt hier auf der Leinwand in eigenen Worten von Karl Schwanzer oder eben auch durch Hofzarek gesehen haben, das ist alles aus der Feder von Karl Schwanzer. Und ich denke, jeder Filmemacher, jeder, der in einem kreativen Beruf tätig ist, kann damit unglaublich viel anfangen. Realisierung muss das Ziel sein. Gedachtes kann nicht genügen. Und also da gibt es so viel, mit dem man eigentlich sich beschäftigen kann. Und immer noch aus diesen Texten heraus schreibe ich dem Hofzarek einen Bühnenmonolog. Und der Nico und ich, wir kennen uns, seit wir vor vielen Jahren gemeinsam eine Tatort gemacht haben. Und der Nikolaus Leitner hat mich dann als quasi Spurenermittler fehlbesetzt. Aber das war großartig, indem ich den Niki kennengelernt habe, der eine große Personenrolle gespielt hat. Und ich bin das vorgeschlagen. Und ihm haben die Texte wahnsinnig gut gefallen. Und dann haben wir das genauso gemacht. Und es gab mit dem zu kräftigen Namen des Nikolaus Hofzarek eine Festveranstaltung, wo der Nachlass eingebracht wurde. Und da habe ich gesagt, Herr Martin Schwanzer, das ist eine wunderbare Gelegenheit, Ihren langersehenden Film zu realisieren. Wir filmen das mit, wir zeichnen das auf. Und dann haben sie endlich einen Film über ihren Vater mit Nikolaus Hofzarek als Darsteller. Ist doch was. Mit einem Drehtag haben wir sozusagen diesen Wunsch erfüllt. Und genau das haben wir gemacht. Und das ist leistbar. Und dann haben wir sozusagen diesen Mitschnitt gemacht. Nichts ahnen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass das die Initialzündung zu einem Kinofilm ist, den sich Martin Schwanz immer gewünscht hätte, ich hätte ihn ausgelacht, weil ich mir gedacht habe, das ist längst außer Reichweite. Und dann haben wir das Ding fertig gehabt. Und man muss dazu sagen, das Wien-Museum hat dann zugesperrt. Das Wien-Museum ist aber verpflichtet und entschlossen, eine Karl-Schwanzer-Ausstellung zu machen, wenn sie wieder aufsperren nach dem Umbau. Und da haben wir gesagt, na gut, das ist wunderbar. Dann kann, wie in vielen Ausstellungen heute üblich, halt in einem kleinen Kio, in einer Koje läuft dann dieser Film. Und im Endl Streifen kann man sich anschauen. Aber Martin Schwanzer war ein echter Schwanzer. Und wie ich auch mit Dr. Bertolt Schwanzer kennenlernen durfte, ein unablässig, umtriebiger, künstlerischer Geist. Und er hat gesagt, naja, jetzt könnte man da eigentlich noch ein bisschen was dazu drehen. Der Offzeug war so gut, lassen wir ihn doch durchs Zwanzigerhaus spazieren und so weiter. Also was soll ich Ihnen sagen, vier Jahre und 23 Drehtage später, die größtenteils mit Missbrauch sämtlicher Freundschaftsbeziehungen, soweit sie belastbar waren, in meinem beruflichen Umfeld realisiert wurden, haben wir dann diesen Film fertiggestellt. Martin Schwanz, muss ich leider dazu sagen, und ich versuche auch immer, jeden dieser Abende ihm zu widmen, ist leider vor zwei Jahren sehr unerwartet verstorben. Aber er hat schon einen ersten Rohschnitt gesehen und im Zuge des Schnitts dann ist dann immer klarer geworden, irgendwer schaut da drauf, dass das Ganze eigentlich durchaus auf Kinolänge kommen könnte. Weil wir haben uns gedacht, mein Gott, wir bedienen eigentlich ein audiovisuelles Archiv einer zukünftigen Ausstellung. Und ich habe unlängst gelesen und in der Runde kann man das sagen, der Koppel hat einmal gesagt, irgendwann merkst du am Schneidetisch, der Film will wohin. Und dann darfst du ihn einfach nur nicht mehr daran hindern. Und ähnlich war es bei diesem Material, wir hatten natürlich dutzende Stunden Material. Und der Philipp Meyer ist einfach ein hinreißend begabter und begnadeter Editor und haben, glaube ich, ihn bis heute 800 Stunden im Schneideraum dann letztlich versucht, den Film nicht mehr daran zu hindern, das zu werden, was sie heute gesehen haben. Du hast uns jetzt schon einen sehr tollen Überblick gegeben. Ich finde das Schöne an einem Film ist, dass es, also es gibt ja sehr viele Filme über Architektur und da gibt es einen historischen Zugang, wo dann so eine Chronologie erzählt wird oder ein lebensgeschichtlicher Zugang oder eine ästhetische Studie. Und bei dem Film, bei deinem Film, das Besondere für mich ist, dass man eintauchen kann wirklich in die Gedankenwelt von dem Architekten. Also jetzt nicht nur in Form von diesen rezitierten Texten, sondern auch die Bilderwelt, dass man die verschiedenen Orte kennenlernt, das Archivmaterial, diese kreativen Konzepte, mit denen er gearbeitet hat, die du visuell veranschaulichst. Und dann gleichzeitig kann man auch auf der großen Leinwand die Architektur wunderbar genießen. Jetzt ist, es sei denn, also wir können sich jederzeit unterbrechen. Niemand. Meine Frage wäre, was war für euch, also weil, wie du ja gerade gesagt hast, so ein Film auch in einem ganz großen Maß im Schnitt entsteht, was war für dich über diese vier Jahre, aber dann für euch im Schnittprozess, für euch zwei, so die kreativen Leitmotive oder woran habt ihr euch festgehalten? Was war eure Kompassnadel, um diesen Film herzustellen, inhaltlich, ästhetisch? Das trifft die Sache natürlich im Kern, weil du sitzt dann vor den Materialien und denkst, wie fangen wir an, wo, wo, wie gehen wir vor? Da hat man nicht ein großes Glück, dass Karl Schwanzer wirklich ein Universalgenie war. Und diese Texte stammen aus einem Buch, das er herausgegeben hat. Die Entstehungsgeschichte des Buches ist auch die Rahmenhandlung des Comics. Und das heißt im Architektur als Leidenschaft in Modulverlage erschienen und kriegt hoffentlich bald eine Neuauflage von Dr. Bertolt Schwanzer. Und dieses Buch ist eine Offenbarung. Man hat einfach das Glück, einen Film über jemanden zu machen, der ein begnadeter Autor war. Nicht nur ein großartiger Architekt und eine flammende, leidenschaftliche Künstlersäle, sondern auch wirklich meisterhaft in seiner Autorenschaft. Und auf das konnten wir zurückgreifen. Das heißt, diese Bühnen-Performance war natürlich ein bisschen unsere Blaupause. Und natürlich kannst du sagen, das illustrieren wir jetzt nur, sondern du musst halt schauen, dass du dann einfach halt mit den Soundbites der Gesprächspartner in einen Dialogen, einen Flow kommst. Und wir haben dann gesagt, wie fangen wir an? Und der Philipp Meyer ist wahrscheinlich der intellektuellste Cutter, den es gibt. Er liest Bourdieu und Jacques Derrida und schaut aber genauso wie Succession. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einmal eine Eröffnungssequenz, wo das richtig fest losfährt. Und das war diese Eröffnungssequenz, die der Film heute hat. Damit haben wir angefangen. Und dann das Zweite ist, soviel zur Planbarkeit des Filmemachens. Das hat geendet mit der Szene im 20er Haus, wie es völlig leer ist. Und auch hier hatten wir das unglaubliche Glück, das ist nie leer. Dieses Haus ist ja nie leer, wird ja dauernd bespielt. Und es leben die Charity-Dinners. Sie hatten einen Charity-Dinner und haben die Ausstellung weggeräumt, weil am Abend kamen wir die Tische rein. Und in diesem Timeslot, bevor das Buffet aufgebaut wurde, konnten wir das leere 20er Haus in seiner ganzen Magie filmen. Das hast du sonst nie. Und wie wir dort stehen, stehen wir in Reinhard Mayer, dem Kameramann, und der sagt, draht mal das Licht ab und schauen wir, was passiert. Und dann schalten wir es wieder ein. Und du kriegst diesen magischen Moment, wie plötzlich Stück für Stück diese Neonlampen aufleuchten. Und es ist nackte Poesie. Und du hast einfach das Glück, einen Kameramann mit einem Riecher zu sagen, ich wünschte, ich könnte behaupten, es wäre meine Regieansage gewesen. Es ist es nicht. Aber wenn du die Leute für dich gewinnst und für das Projekt, glaube ich, kriegst du solche Augenblicke geschenkt. Und um das zweite, Alpha und Omega war dann das Gedicht von Schwanz am Ende, weil Martin Schwanzer war Architekt und hat gesagt, sind die Gedichte gut, die da drinstehen. Und da oft habe ich gesagt, die sind nicht gut, die sind hervorragend. Und dann hat er in der Garderobe irgendwie noch halb angezogen, dann noch zwei Gedichte aus dem Buch vorgetragen. Leider haben wir es nicht mitgefilmt. Und ich habe gesagt, Herr Schwanzer, dieser Mann spielt Shakespeare und Thomas Bernhard. Ich glaube, wenn der einen Text für gut befindet, sie können darauf vertrauen. Und dann haben wir beim Schnitt gemerkt, dass dieses Architektenpoem eigentlich schon die Seele des Films ist. Und wir haben zuerst nicht gewusst, ich soll mal das bebildern. Und dann haben wir einfach begonnen zu experimentieren. Und das ist halt das Schöne am Dokumentarfilm, dass du wirklich die Freiheit hast, am Schneidetisch zu experimentieren und mit viel größerer Freiheit zu arbeiten als bei einem Spielfilm. Es gibt schon Fragen. Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Bitte sehr. Eine gute Frage. Wurde das sozusagen von einem Architekten auch kuratiert oder haben Sie da jemanden gehabt, der Sie unterstützt hat bezüglich der Architektur von Schwanzer? Nein, in Wahrheit nicht. Ich bin auch kein Architekturexperte. Aber ich habe Experten vor der Kamera gehabt. Und sozusagen natürlich, wie ich das Buch geschrieben habe, die Bühne und Performance, konnte ich das herausdestillieren aus dem Buch, Architektur als Leidenschaft. Und natürlich begleitend Martin Schwanz und so weiter. Aber ich musste mich sozusagen darauf verlassen, dass die Herrschaften, die ich hatte, sei es die Ute Voltron, die eine der renommiertesten Architekturjournalistinnen des Landes ist, oder auch ein Matzig von der Süddeutschen Zeitung, der nicht nur Architekturjournalist ist, sondern erklärende Architekt, dass die wissen, wovon sie reden. Und du versuchst natürlich dann als Filmemacher da mit großer Achtsamkeit das rauszudestillieren. Aber es berührt schon eine wichtige Frage, inwieweit kannst du mit ein bestimmtes Fachgebiet einen Film machen, in dem du ein Klei bist. Aber letztlich, dann holt man sich die Experten vor die Kamera und zeigt ihnen nachher den Schnitt und hofft, und fragt, ob man irgendwie da schon den Kern der Aussage getroffen hat. Es ist auch mehr die Person dann rausgekommen, Schwanzer. Das ist auch das Schöne daran, den ganzen Film. Das freut mich sehr, weil das war echt das Ziel der Geschichte. Es ist ja überhaupt keine klassische Biografie. Und weil die Biografie haben einen Comic abgehandelt und mir ging es eigentlich darum, der künstlerischen Seele dieses Mannes nahezukommen und zu verstehen, wie dieser Künstler, weil das war für mich eindeutig, wie dieser Künstler funktioniert hat und was ihn bewegt hat. Und ich glaube, dass er sehr grundsätzliche Fragen, und das sind eben die Texte, die ich in den Film eingebaut habe, und das sind einfach sehr grundsätzliche Fragen des künstlerischen Schaffens sehr, sehr für sich persönlich profund abgehandelt, oder sich damit auseinandergesetzt hat. Noch eine Frage, bitte. Wollen Sie das Budget für den Film verraten, oder ist das über die Jahre so ineinander geflossen, dass es nicht mehr... Also ich kann jetzt genau sagen, ich kann das Budget noch gar nicht benennen, weil, irgendwas gestehen, der Film ist noch nicht vollständig bezahlt. Wir sehen, aber ich bin... Also der Film ist ungefähr wahrscheinlich ein Drittel dessen, was eine durchschnittliche österreichische Kinodokumentation, wie man sie beim ÖFI Einrecht ausmacht, der ist wirklich mit schlankesten Mitteln ermöglicht worden und dann hinten raus ermöglicht worden mit der Hilfe von Sponsoren, die wie ATP-Architekten und auch BMW, die mir einfach geholfen haben, weil sonst hätte man den Film nicht fertiggebracht. Die Familie war massiv hinter dem Film, aber es mussten dann zusätzliche Mittel aufgebracht werden und da bin ich halt, darum sehe ich mir im Abspann die vielen Logos und ich bin noch immer am Einsammeln, aber es ist ein... Im Vergleich zu sonstigen Dokumentationen, wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittliche österreichische Kinodokumentation, wie sie heute eingereicht hat, beim ÖFI zwischen 700 und 900.000 Euro Budget hat, dann sind wir ungefähr bei einem Drittel dieser Beträge. Und das ist natürlich... Und das freut mich einfach riesig, dass uns das gelungen ist, aber das gehört wirklich auch dem Team, das gehört auch allen, die es unterstützt haben. Ich hatte zum Beispiel das Glück, einfach um auch mal die kaufmisch-technische Seite zu berühren, der Philipp Meyer ist ein ganz toller Cutter und der wird, glaube ich, eine Riesenkarriere machen und ich hatte das Glück, dass der fix angestellt ist bei der Miss Chief Film, beim Ralf Wieser, dem ja auch ein ganz großes Dankeschön gebührt. Und da hatte ich halt einfach den Deal und auch wieder das Glück, dass der Film ja kein unmittelbares Abgabe- oder Release-Datum hatte. Und sozusagen, ich konnte mit dem Philipp arbeiten, wann immer sozusagen er bei der Miss Chief eine Downtime hatte und bin da in die zweite Reihe getreten und das hat von den Kapazitäten her für diesen Film ein wunderbares Arrangement ergeben. Aber natürlich musste ich mich nicht einfach das volle Kollektivvertragsgehalt oder eigentlich das, was ich gebührt, bezahlen, weil er natürlich auch hauptberuflich woanders tätig war und das war für alle Beteiligten ein wunderbares Arrangement und mehr oder weniger haben wir uns auf fast allen Departments mit dieser Form durchgeschlagen und ich weiß, sie sitzen einige im Raum, die sich mit genau ähnlichen Produktionsbedingungen sehr routiniert und engagiert herumschlagen müssen. Aber dazu ist man halt bei einer kostspielenden Kunstform wie Film verurteilt. Ich finde es sehr spannend, dass du als jemand, der Tatorte geschrieben hat und auch einen Krimi inszeniert hast im ORF, dass man dann sozusagen an unterschiedlichen Stellen in seiner Karriere zu diesen Herzensprojekten auch zurückkommt und dann in einem Kontext arbeiten muss, wie man es als Filmstudent schon gemacht hat im Wesentlichen. Also dass man schaut, dass man Gefallen einlöst, dass man Guerilla-Filmmaking macht, zwischen Tür und Angel dreht, also wie du das erzählt hast, nachdem sie die Ausstellung abgebaut haben, bevor sie die Tische aufgebaut haben. Also das ist faszinierend und daraus sieht man auch, was für ein Herzensprojekt das für dich gewesen sein muss, dieser Film. Ja, das war es unbedingt, weil mich die Person Karl Schwanzers sehr, sehr fasziniert hat, weil ich auch eine frühkindliche Prägen auf Karl Schwanzer hatte, muss ich auch dazu sagen. Mein Vater hat Karl Schwanzer flüchtig gekannt. Sein Freundeskreis war mit der Familie Schwanzer peripher begann. Und wie ich ein Kleinkind war, hat mein Vater mehrmals seiner Bewunderung für diesen unglaublich international erfolgreichen Architekten Ausdruck verliehen. Und das war für ihn ein ganz, ganz toller Mann. Ich habe ihn natürlich nie kennengelernt persönlich, was mir natürlich sehr leid tut. Aber die große Verehrung und der Respekt, den mein Vater mir entgegengebracht hat, da war er wahrscheinlich vier oder fünf Jahre alt, aber das habe ich bis heute im Ohr. Darum habe ich mich gefreut. Zum einen hast du natürlich völlig recht mit diesen prekären Arbeitsbedingungen. In dem Fall, nur du warst ein Ameriker, du sprichst dann mit Hollywood-Regisseuren, die 100 Millionen Dollar haben und schmeißen genauso die Nerven weg, weil auch 100 Millionen nie reichen. Also natürlich können sie die Miete leichter bezahlen mit ihrer Gage, aber in dem Film hatten wir einen großen Reichtum, das war die Zeit. Wir waren nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie einem bestimmten Release-Date da entgegenzuarbeiten, sondern wir konnten wirklich schauen, wie entsteht das Ding am Schneideraum, weil wir gedacht haben, wir machen einen Film fürs Wien-Museum. Und wenn die wieder aufsperren und die sperren, wenn es gut geht, Ende nächsten Jahres auf und bis dann die Ausstellung steht, also wir standen da nicht zeitmäßig mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, ich konnte bei allen, die ich dann jetzt nicht gebeten habe, mir da zur Seite zu stehen, darauf warten, wann sie Zeit haben. Und musste nichts einfordern. Und das war natürlich extrem hilfreich, so gesehen waren wir an einem sehr reich, nämlich an der Zeit. Und das war natürlich für diese Art von Film ein Segen sondergleichen. Letztlich hat es viereinhalb Jahre gedauert, bis er fertig war. Und das war natürlich, in diesem Film konnten wir es einem großen Reichtum schöpfen, nämlich dass wir die Zeit hatten und auch die Sorgfalt und auch im Schneideraum. Man kann immer, also es geht billig, schnell und gut und man kann immer zwei davon haben, ne? In dem Fall war es gut und billig. Ja, genau. In dem Fall gut und billig, weil wir halt wirklich, ja, Sonja. Ich wünsche mir, dass dieser Film möglichst viele Menschen erreicht, die sich für Architektur interessieren, für die österreichische Geschichte interessieren oder auch für Dokumentationsfilme interessieren. Es ist ja nicht so ein Thema, das vielleicht ein Blockbuster wäre, weil ich das Gefühl habe, ich wusste kaum etwas über Karl Schwanzen, muss ich zugeben, und habe ihn jetzt kennengelernt und sein Geist geht durch diese ganze Produktion offensichtlich, die auch viele so Glücksmomente und Zufälle und die dann den fleißigen Treffen erlebt hat. Und ich finde auch Nikolaus Ofzarek einfach großartig, wie er da so hüftschwingend ein bisschen geht und das wirklich sehr gut darstellt. Also für mich ist der Film sehr poetisch auch gemacht und ich danke dafür. Danke dir. Danke. Freut mich sehr. Und es ist ja wirklich, um den Hintergrund zu sagen, du hast ja, wenn du den Film machst, das gleiche Problem, wenn du ein Buch schreibst. Du glaubst, das war es jetzt. Und ich habe mir einen Roman geschrieben, ja, ich habe keinen Roman geschrieben, aber weißt du, wir schreiben Drehbücher und dann denkst du, das Nächste ist, jetzt hast du es geschafft, du hast nicht überhaupt nichts geschafft. Das Nächste brauchst du, sei es, willst du ein Buch schreibst, einen Verlag. Wenn du einen Film gemacht hast, brauchst du einen Verleih. Und das ist die nächste große Hürde, weil sonst kannst du mal darauf hoffen, dass du eine freundliche Ader hast, die ein Screening macht. Aber das war es dann auch. Du kriegst kein Kino. Und noch dazu kommen wir jetzt in eine Zeit post-Covid und nicht nur das. Im Augenblick ist es eine Phase, wo wahnsinnig viele wirklich gute Sachen rauskommen. Also das Umfeld ist ein Hammer. Und es gibt viele, viele tolle Filme. Es ist im Augenblick über so eine Welle, wo man jeden Tag zweimal ins Kino gehen könnte. Und das heißt, du brauchst einen Verleih. Und in dem Fall hatte ich wieder das Glück, dass Ralf Wieser von einem Mistschiff-Film, bei dem wir einquartiert waren mit dem Projekt, der uns beherbergt hat, der kommt aus dem Verleih, der hat viele Jahre das Kino unter Sternen gemacht und seine Verleihfirma gehabt. Und der kennt einfach die Leute und hat eben gefragt, du kannst mir ein, zwei Namen nennen, die vielleicht mit dem Film was anfangen können. Weil der Ralf war der, der gesagt hat, das kennt der Kino werden. Und ich habe gesagt, wenn du meinst. Und dann hatte ich ihm das unglaubliche Glück, dass sofort die Christa Adalizky von Film Die Leitz angebissen hat, der der Film sehr gut gefallen hat. Und das war, du kannst nicht planen. Und wenn es nicht passiert, ist der Film nicht besser, nicht schlechter, weil wir hatten einfach das Glück, auf jemanden zu stoßen, der in dem Fall den Film sehr mochte und ihn auch wirklich unterstützt hat. Weil auch der Verleih ist dann ähnlich wie ein Verlag oder eine Agentur. Es kann ja passieren, sie nehmen dich, du bist auf der Website, aber sie tun nichts für dich. Und wenn dann irgendwer anruft und sagt, wir würden das gerne haben, nehmen Sie 15 Prozent Erlöser oder 20 und das war es dann. Aber nicht so mit Film Die Leitz. Und das, glaube ich, gilt für viele der kleinen, engagierten österreichischen Verleihe. Und die haben sich voll ins Zeug geschmissen und dann war eben die nächste Entscheidung, wir machen die Premiere im Gartenbau Kino. Ich habe gesagt, sind Sie wahnsinnig, das hat 740 Sitzplätze. Aber es ist natürlich, nein, das Architekturfilm, der gehört ins Architektonisch schönste Kino. Und am 4. Oktober sind Sie gestanden bis auf die Ringstraße hinaus. Ich frage mich bis heute, wie das passiert ist. Und dann war wieder der Plan, der Film soll laufen. Naja, wie du gesagt hast, der hat natürlich eine, in der Wahrnehmung, das ist ein Film mit einem sehr, sehr fokussierten Wahrnehmungskorridor. Ja, und dann wird er halt mal, läuft er mit einer Kopie im CineCenter. Und dann passiert wieder sowas. Der läuft mit einer Kopie im CineCenter und in der zweiten Woche machen sie etwas, was so nicht ausgemacht war. Es war vereinbart, dass der Film natürlich, weil sehr viele, denkst du, Architekten sollen sich den anschauen. Und, aber die haben sicher nicht um 15 Uhr Zeit an einem Wochentag, nicht? Und da war die Christa Adalitsky verstimmt, hat sie den Konstantin-Film angeboten, weil sie die, eben, dann hast du jemanden, der die Kontakte hat. Ich kenne ja da niemanden. Und die haben angebissen und dann war er plötzlich in den Village Cinemas und da ist er gut gelaufen. Und dann haben die es ins Ektos gegeben und da ist die Breitenseer-Lichtspieler dazugekommen. Und auf einmal war er in vier Kinos und jetzt läuft er, glaube ich, die sechste Woche oder die siebte und geht in die achte. Und, also wenn er mich gefragt hätte, das erstens wird es ein Kinofilm, zweitens läuft es lang im Kino, hätte ich dich ausgelacht. Und jetzt hat er Kino-Start in Innsbruck gehabt, Mittwoch starten wir in Graz und was das Tollste ist, es ist ein deutscher Verleih angebissen und Mitte Februar kommt der Film bundesweit in Deutschland ins Kino. Ja, also, aber wie gesagt, das ist jenseits jeder Planbarkeit. Aber, was dem Film offenbar vergönnt war, auch wieder dadurch, dass wir das Glück hatten, dass jemand anderer anbeißt, weil er dort nicht so platziert, oder wie er ist, dass er einfach offenbar die Chance bekommen hat, was er heute fast kaum mehr in Film bekommt, dass du ein bisschen sozusagen sich die Mundpropaganda aufbaut. Und jeder weiß, das geht nicht in zehn Tagen. Und heute, die Filme sind so unter Druck, wenn die in der ersten Woche nicht performen, ja, dann nimmst du das Kino raus. Und für mich das größte Glück war, bin ich dann irgendwie vor zwei Wochen ins CineCenter gegangen und habe mir eine Karte für den eigenen Film gekauft, um den Verkauf zu stützen. Und dann sagen sie mir im CineCenter, ja, ist so schön, der Film, der Film, der verändert massiv das Alter unserer Besucher. Denkt man, oh je, sagt er, nein, es kommen viel mehr junge Leute. Und das war großartig. und ich habe mir gedacht, da kommen so, nein, es kommen noch viele junge Leute. Aber, wie gesagt, das nimmst du dankbar und demütig an und danke, dass er dir gefallen hat. Bitte sehr. Interessieren, wie viele Architekten wir jetzt gerade da den Film gesehen haben? Ja. Ein Viertel. Viertel bis Drittel. Naja, wenn immer mehr. Großartig. Großartig. Na bitte. Sagen, weil, also ich habe vorigen Jahren 100er-Hitri-Kurs studiert und da war der Karl Schwanzer drauf und runter in den Vorlesungen wie der Los und der Wagner und die Confessier und das war immer sehr, sehr trocken eigentlich und man hat sich das immer selber eigentlich aneignen müssen, in diese Person sich hineindenken müssen, um sie zu verstehen und ich finde, das wäre ein super Film, der sehr viele Vorlesungsstunden ersparen würde an trockenem Schwanzer drauf und runter, konstruktiv und was man da halt alles so hört in der Nachricht und das wäre einfach so ein schneller Zack, man ist in diese Person hineingeschlüpft und verstehe ihn. Dankeschön. Ja, was mich besonders freut, ist, die Angewandte hat gefragt und die wollen ein Screening für alle Studenten machen und demnächst irgendwann einmal und das finde ich natürlich großartig, weil ich, weil es ist ja, die Autorenschaft ist ja die von Karl Schwanzer. Ich habe versucht, ihr die Leinwand zu geben und mit dem Offzarek halt das Riesenglück zu haben eines Schauspielers, der, der das Gedank, den das Gedankengut von Karl Schwanzer im Innersten berührt und der auch die intellektuelle Kapazität und Neugierde hat, sich damit auseinanderzusetzen und wir haben ja Outtakes und wie gesagt, wir haben probiert, in den Abspann Outtakes reinzugeben, die du ja immer hast bei solchen Dingen und wir haben dann gemerkt, das passt nicht zum poetischen Charakter des Films, aber im Wien-Museum wird es garantiert einen Monitor mit Outtakes geben, weil wir haben eine Szene, die ist zum Niederknien, der Reinhard Meier riecht gerade die Kamera ein und der Ton läuft schon und das Bild, was der rückt links und rechts Fokus rein, Fokus raus und oft sagt, sitzt gerade da und geht seinen Text durch und der Kameramann der Reinhardt sagt irgendwas zu ihm, was du natürlich nicht hörst, weil er kein Mikro hat und der Niki schaut auf und seine Zellen und sagt, also bitte, da kannst du dir jeden einzelnen Satz, ob du kreativ tätig bist oder nicht, für dich selbst hernehmen, sei es, um dich selber in die Pflicht zu nehmen oder um dich zu entlasten. Und du hast einen Schauspieler, der das so aus dem Handgelenk hinhaut, während er seinen Text anschaut. Und da haben wir einige Schätze und was wir jetzt auch versuchen ist, aufgrund der literarischen Qualität der Texte von Karl Schwanzer gemeinsam mit dem Film, gemeinsam mit dem Dr. Bertolt Schwanzer vielleicht doch auch ein Buch zu machen zum Film, wo man das Destillat dieser Gedanken Karl Schwanzers vielleicht gemeinsam mit ein paar Filmstilen und so weiter in Buchform gießt, weil ich auch schon immer wieder gemerkt habe, wir sind schon oft auch angesprochen worden, wo kann man das nachlesen? Und das Buch, aus dem es ursprünglich stammt, das ist ein wunderbares Architekturbuch, das ist das, was der Niki hochholt und sagt, hätte eine Neuauflage verdient und so wie ich das höre, in the grapevine wird es dazu kommen, was großartig wäre, aber das ist ein wunderschöner Prachtband. Und wir überlegen uns vielleicht auch ein sozusagen vom Handling her einfacheres Büchlein zu machen, wo man diese Gedanken zusammenfasst, aber vielen Dank, dass Sie das so wahrgenommen haben. Bitte sehr. Eine kurze Anregung, hätten Sie Interesse an den Architekten Lippert, dass man über den vielleicht auch so etwas spricht, von der Zeit her. Also natürlich, wie gesagt, wie du gerade angesprochen hast, als Filmemacher, ich glaube mit der Architektur bin ich jetzt einmal so weit durch, und weil es schwer ist, man will sich nicht wiederholen und mein ganzes Leben, sozusagen, wenn ich Tadrat irgendwie, nachdem ich zwei gemacht habe oder drei, bin ich weitergezogen und ich kenne den Architekten lieber, das ist mein Begriff und es gibt sehr, sehr spannende Architekten, auch zum Beispiel, ich hatte mal das große Glück, mit Frank Geary ein langes Gespräch drehen zu dürfen und das erzähle ich vielleicht noch, weil ich glaube, dass es nicht interessant ist für alle, die hier sitzen und ich habe mit Frank Geary eben ein hartes, das große Glück, in dem Rahmen der Veranstaltung ein langes Gespräch führen und drehen zu dürfen und es ging letztlich auch um die Themen, das war zehn Jahre her, die in dem Film dann so zum Thema geworden sind, die Fragen und ich habe gedacht, ein Architekt sitzt, alle, die im Leben damit konfrontiert sind, vor einem weißen Blatt Papier, vor einem leeren Bildschirm zu sitzen und gezwungen sind, eine Idee zu generieren, sei es, dass du als Techniker ein neues Verfahren ersinnen musst, sei es, als Komponist die ersten Töne zu finden, als Autor die ersten Wörter zu schreiben, als Architekt die erste Skizze zu machen, du starrst aufs weiße Papier und da gibt es in Wunder schon einen Satz von Octavio Paas, wenn du Autor bist und ich sehe Autorenschaft hier im weiteren Sinn, dann schreibst du ja nicht als dein Volk, nicht als dein Land, nicht als der Regierung, nicht als deine Familie, du schreibst nämlich nicht einmal als du selbst. Die erste Frage, die du dir stellen musst, wenn du kreativ tätig bist, ist, wer schreibt, wenn ich schreibe, sprich, wo kommt es her und ich frage den Frank Gehry, ob er das auch so sieht, diesen Gedanken von Octavia Paas, ob er weiß, was herkommt und der Frank Gehry schaut mich lang an und plötzlich erinnert ihm Tränen runter. Frank Gehry war damals gute 80 und ich war völlig verblüfft und war ein zu tiefsberührender Augenblick und als Dokumentarfilm lasst natürlich die Kamera laufen und versuchst möglichst diskret mit der Situation umzugehen und ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihn fragen darf, was ihn an dieser Frage so berührt. Und er hat gesagt, it's scary, it's scary. und er hat gesagt, was ist, was macht Angst? Er hat gesagt, man weiß nicht, was herkommt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist Frank Gehry deshalb Frank Gehry, weil er mit, ich habe gesagt, und dann haben wir weitergeplaut und ich dann sage, wenn jemand, das ist ein weltberühmter Architekt und Bill Barr ist damals schon gestanden, so you name it. Ja, er hat gesagt, also und wer das, der kann dem nicht, ich sage, wenn sie jetzt einen Stift aus der Hand legen, für immer, sie sind und bleiben ein weltberühmter Architekt. Ich sage, aber das genügt mir ja nicht. Ja, ist es noch da? Ist die Quelle noch da? Und da du sie nicht kennst, weißt du nie, ob noch was da ist, wenn du dich wieder näherst. Und ich habe das, für mich war es ein Zeichen unglaublicher künstlerischer Integrität und Ehrlichkeit für jemanden, der wirklich in die Tiefe geht. Und wenn Schwanzer sagt, in die eigene Tiefe kannst du nur selber abtauchen. Ja, nicht wissen, ob du wieder was findest oder ob es da unten stecken bleibst. Also ich denke, das sind sehr, sehr letztlich grundsätzliche Gedanken, die, glaube ich, viele Menschen beschäftigen. Und wir wissen ja heute, dass Kreativität überhaupt nicht auf die vermeintlich künstlerischen Berufe allein beschränkt ist, sondern jeder Techniker, dem, was an der Eis vor vorn einfällt und so weiter, oder der den Touchscreen erfunden hat, ist wahrscheinlich kreativer, als wir es oft am Laptop sind, wenn wir was schreiben müssen. Also ich glaube, es hat eine grundsätzliche Frage der Quellen des menschlichen Schaffens berührt. Und es ist leider nicht im Film, auch Oliver Zipse, der Generaldirektor vom BMW, den musste ich mehr oder weniger mitdrehen, weil ich habe diese tollen Drohnenaufnahmen machen dürfen, habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich die Drehgenehmigung bekommen habe. Weil erklär mal ein Weltkonzern, da willst du mit der Drohne was Werksgelände pflegen. Die sagen, ja, sind sie wohl angeregt. Und nach einem Jahr hatte ich die Drehgenehmigung, aber da kam ich auch, dann habe ich der Giers, der Auftritt ist der Kommunikationschef für Kunst und Kultur und der ist nämlich eine rhetorische Größe und ein Geschenk für jeden Filmemacher und dann soll ich den Generaldirektor, der würde auch gern was sagen. Und ich denke, na gut, wenn er nicht taugt, dass er im Wendmuseum lasst, dann bleibt er halt im Schneidetisch am Boden liegen. Und dann finde ich diesen Mann, der so ganz anders ist, als man sich vielleicht den doch sehr gewandten, sehr dynamischen Automobilmanager vorstellt und der hat wunderbare Dinge gesagt, die nur dann letztlich in den Film nicht reinpassten, aber die wahrscheinlich dann im Wendmuseum dazugehen werden, eben auch, wie kommt das Neue in die Welt? Und das ist natürlich eine Grundsatzfrage, die uns alle berührt, die wir in irgendeiner Form darauf angewiesen sind, einmal das ein oder andere Neue hervorzubringen. Und das heißt aber auch immer, dich ins Unbekannte zu begeben. Das heißt auch immer, dich der Gefahr auszusetzen, dass du nicht verstanden wirst oder in der Luft zerrissen. Die Erwartung, dass das jedes Mal freudig begrüßt wird, die halte ich für zutiefst naiv. Und vor allem, du weißt ja, wie der Wurst findest und ob du was findest und ob das, was du findest, taugt und ob das, was du meinst, dass es taugt, auch anderen so gefällt. Aber letztlich, das ist dieser stetige, letztlich kreative Erneuerungsprozess, der das Spannende unserer Berufe ausmacht. Wunderschön gesprochen. Bitte sehr. Ein Zitat von Zipser, das es in den Filmen geschafft hat, war, dass der Vierzylinder ein Leuchtturm ist für Architekturstudenten. Das kann ich nicht beurteilen, aber gab es für Sie als Filmstudent so ein Leuchtturm aus der Filmwelt? Ja, unbedingt. Also, das, 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 also, wie lange haben wir noch? Ja, nein, also, ich muss sagen, also, ich bin, bin natürlich geprägt mit, mit der Zeit, also, ich glaube, mein, mein Erwägungsleben war 2001, Odyssee im Weltraum und dann der Party, also, das waren so für mich die ersten Filme, die mich völlig umgehauen haben, weil gesagt, also, ich, ich, ich will diesen Beruf ergreifen, ja, und, habe es nach langen Umwegen dann getan und, also, ich glaube, und Once upon a time in America, also, das waren so für mich die Filme, die, 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 also, sehr Schauner, aber letztlich, Odyssee im Weltraum war ja ein Film, der auch von einer großen inneren Freiheit gezeichnet war, ja, also, der, der einfach von einer, alles konnte, was Film kann und das Schöne am Film ist, dass einfach alle Kunstform an sich vereint und im Kleinen wie im Großen und, und das macht einfach den Reiz aus, dieser Kunstform und bei Redektor ist es nicht ganz unähnlich. Ist da eine Hand rum oder, nein? Okay. Ja, bitte. Adrian. Ich hätte noch ganz kurz, weil ich das, ich fand das interessant, um ganz kurz auf den Graphic Normal oder auf den Comic zurückzukommen, wie ist das, als Initialidee sozusagen entstanden, dass man dieses Format gewählt hat, weil das ja doch etwas sehr unkonventionelles ist, um das Lebenswerk eines Architekten auszudrücken. Die Idee hat das typische Wesensmerkmal einer guten Idee, dass nachher alle denken, das ist eigentlich selbstverständlich und aufgelegt. Graphic Novel in ihrer Visualität ist eigentlich ein ideales Medium, um eine Architektenbiografie zu erzählen und das war die Idee von Martin Schwanzer und im Zuge der vielen Gespräche, was können wir machen, hatte er auch die Idee, eine Graphic Novel zu machen und er hatte damals schon dem Benjamin Szyzynski für sich gewonnen und als Zeichner und da gab es erste Entwürfe und da wurde ich gefragt, wer soll es schreiben und da wurde dann ich gefragt und dann haben wir das angeschaut und mir hat das wahnsinnig interessiert und da bin ich draufgekommen, wenn du vom Drehbuchschreiben kommst, fällt dir das sehr leicht. Das ist leichter wie für Romanautoren, weil Drehbuchschreiben heißt Schreiben in Bildern mit Dialog und das hat riesig Spaß gemacht, aber die Idee war die von Martin Schwanzer und es freut mich nach wie vor ungemein für ihn, es war wirklich die erste Graphic Novel in der Architekten, es ist relativ kurz danach rausgekommen, eine über Corbisee und eine über Mies van der Rohe, aber seine war die erste und das würde nie jemand wieder wegnehmen können und er war nämlich auch ein unglaublich kreativer Geist und das ist sichtlich in der Familie nicht nur bei ihm der Fall. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Tatsache, dass du eben von einem sehr narrativen Background kommst, also als Drehbuchautor und ich weiß jetzt nicht, ob du schon viele andere Dokumentarfilme gemacht hast vor dem, also unter dem Gear, aber mich würde sehr interessieren, wie du mit dieser Aufgabe umgegangen bist angesichts der Tatsache, dass wenn man jetzt ein Drehbuch schreibt, du sehr bewusst Spannungsmomente setzen kannst und die Aufmerksamkeit dazu sehr lenken kannst und bei diesem Filmpoem, was in gewisser Weise auch ein Experimentalfilm ist, das hat ja eine ganz andere innere Logik und da ist man als Zuschauer viel mehr alleingelassen mit seinen Gedanken und kann assoziieren über diese Architektur und über die die Worte und da würde es mich interessieren, was du in dem Prozess für dich auch als Filmemacher gelernt hast bei dem Projekt. Zum einen konnte ich zurück auf das allererste Projekt, weil ich habe den Amerikaner Film studiert und habe dann einen Anruf bekommen, dass ein Projekt ausgeschrieben war vom ORF über die österreichische Industrie eine sechsteilige Fernsehserie zu machen und da gab es das Budget und alle österreichischen Filmfirmen haben um diesen Auftrag gerittert und ich hatte in meinem ersten Beruf als Bankangestellter in der Kreditanstalt das Projekt eines Imagefilms für die Kreditanstalt zu verantworten. Also ich habe mich eh schon irgendwann in diese Richtung hingeschummelt. Das war eine kleine Zwischenstation im bürgerlichen Fach und der Regisseur hat mich angerufen und hat gesagt, du, wir brauchen einen Autor, der von Wirtschaft etwas versteht, schreibe ein Konzept, das war der Kurt Faudon, leider verstanden vor zwei Jahren und der Kurt war ein ganz erfahrener Dokumentarist und ich habe mich hingesetzt und ich habe das Konzept geschrieben, war das Wochenende und habe am Dienstag mit dem Pfleger nach Wien gesessen und habe den Auftrag gehabt und das war eine unglaubliche Schule, weil die nächsten eineinhalb Jahre war ich beschäftigt mit einem sehr, sehr erfahrenen Dokumentaristen mit dem Kurt, diese Filme machen zu dürfen und ich habe natürlich auch nicht nur die Bücher geschrieben, ebenso noch alle Interviews geführt für den Film und habe dann auch noch viele Dokus gemacht, Geschichte der Schrift und mit dem Kurt Mayer Dokus gemacht, also das hat mich schon immer begleitet und die Frage der Gestaltung vom Dokus, dass die eben uns zu schwer ist, das auch außenstehend zu schwer zu vermitteln, weil es ist ein Blindflug, du weißt nicht, was ein Interviewpartner dir sagen wird und du weißt nicht, wo es dich hinführt und ich denke, was der Matzig sagt über den Miss, glaube ich zitierend, Baukunst ist einen Ziegelstein gut auf einen anderen Ziegelstein zu setzen, das gilt für uns alle, das Auto musst du schauen, dass du ein Wort gut auf ein anderes Wort setzt, das Filme machen, dass du die Szene gut auf eine andere Szene setzt und natürlich hast du dann und dann hast du so Dinge wie, dass wir halt das Glück hatten auf ein großes familiäres Archiv zurückgreifen zu können, weil wenn Lauritsorten erklärt, dass Schwanzer so etwas Tänzliches hat und dann hast du diesen herrlichen Urlaubsmitschnitt, glaube ich, von der Côte d'Azur oder von Italien, von Antiquitätengeschäft, wo Karl Schwanzer von der Familie gefilmt durch ein Antiquitätengeschäft Tänzelt und denkt, das passt rein, das setzt voraus, erstens, dass es Material gibt und zweitens, dass du die Zeit investierst, um es zu kennen und einfach dann irgendeinen Überblick hast, jesas, da hat es doch was gegeben, das würde doch gut passen. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus Sorgfalt, die du nur aufbringst, wenn du die Sache wirklich gerne machst, weil sonst ist es einfach zu mühsam im Zeitaufwand. Und was hast du gelernt bei dem Projekt, dass du für deine nächsten Projekte mitnehmen kannst? Handwerklich kreativ? Niemals aufgeben. Es ist so, banal es klingt, weil der Film hatte wirklich eine ganz, ganz schwere Geschichte und das Zweite, sich überraschen lassen und aufs Leben vertrauen, weil was mich so unglaublich freut, ist, dass mein Kleingeist bestraft wurde, weil ich dem Martin Schwanz immer gesagt habe, das ist ein Kinderfilm, das schafft man nicht. und es hat sich geschafft und wir konnten es nicht daran hindern und natürlich auch, dass das unglaubliche Engagement aller Beteiligten und dass ich halt nicht lockerlassen habe, aber ich habe deshalb nicht lockerlassen, weil ich von dem Projekt immer wieder eines Besseren belehrt wurde. und ich glaube, das Schöne an dem kreativen Prozess ist und wir haben uns vorher nur unterhalten, über Projekte, die abgelehnt wurden von uns, vom ÖFE und da und dort und so weiter und man vergisst aber darüber, dass es Projekte gibt, die unter einem wirklich guten Stern stehen, ja, sonst gäbe es diesen Film nicht, ja, und er hat viereinhalb Jahre gebraucht, um zum Strahlen zu kommen und zu behaupten, dass es geplant wird, vermessen, aber sich daraus mitzunehmen, dass es Dinge gibt, die dich begleiten und belohnen und dass man oft zu früh vielleicht das Handtuch wirft und vielleicht ist es wirklich so, wie der Woody Allen gesagt hat, Erfolg besteht zu 90 Prozent daran dran zu bleiben. Gibt es noch eine abschließende Frage? Bitte. Ja, also zur Filmförderung ist ja das Paradoxe an dem Film ist ja quasi, dass er existiert und das Paradoxe ist, dass es einen Filmförderung gibt, diesen Film nicht gefördert hat, offensichtlich in dem Ausmaß, wie es ihm zugestanden wäre. Wie müsste man sich ändern, die Filmförderung, dass das funktioniert? Gut, Daniel, da sitzen wir jetzt noch länger da, aber das können wir nachher, man muss zwei Dinge dazu sagen, du hast erstens völlig recht, was wir hatten, ist eben keine Förderung. Ich habe dann schon angesucht, einmal beim BKA, sind wir abgelehnt worden, die Stadt Wien hat den Film mit einem kleinen Betrag gefördert und die Stadt Wien, weiß ich seit heute, hat auch den Vertrieb gefördert, was mich sehr freut. Beim ÖFI, der Film hat einfach nicht die Voraussetzungen erfüllt, der Film hätte aber auch unmöglich entstehen können in der Begleitung einer Fernsehredaktion. Also wenn du weißt, also wenn du einen Redakteur hast und sei es selbst bei künstlerisch aufgeschlossenen Sendern wie Arte oder Ähnliches, die Genesis des Films war unvereinbar, weil ich hätte nie sozusagen ein Konzept hinlegen können, wie der Film mal aussehen wird und wo er hingeht, aus einer vagen Vorstellung und einer leidenschaftlich getragenen Idee, dass wir vielleicht einmal mit einem Kinofilm enden, das wäre viel zu vage gewesen. Also wenn du nicht wirklich ein ganz, ganz renommierter Name bist, auf den man sich trotzdem einlässt und dir carte blanche gibt und das können die ja eigentlich nicht mehr, du hast da ganz schwer. Was mich sehr geärgert hat, ist, dass der Film keine Verleihverdung vom ÖFI bekommen hat und die Christa Audalitzki, die ja seit 20 Jahren Verleih macht und das Geschäft wirklich in- und auswendig kennt, hat gesagt, nein, nein, in dem Fall, wenn du es geschafft hast, dass der Film ins Kino kommt, dass wir so eine Riesenpremiere haben, dass die Zusage mehrerer Kinos schon aus den Bundesländern da ist, dann ist das mehr oder weniger ein Automatismus. Zu unserer großen Verblüffung war es kein Automatismus, nicht? Und wir wurden abgelehnt mit der Begründung, dass der Film kein Kino braucht. Und darum freue ich mich halt jetzt sehr, dass ich sagen kann, am 16. Februar 2023 wird der Film, der kein Kino braucht, laut ÖFI bundesweit in Deutschland starten. Und wir haben es auch ohne die Verleihverdung des ÖFI geschafft. Ich weiß doch noch immer nicht, wie die Rechnung vom Buffet im Gartenbau Kino zahlen soll, aber es wird uns schon gelingen. Ja, aber da können wir gerne nachher drüber reden. Ich glaube, nur in dem Fall, so viel ich zu dem Thema sei, zu sagen, hätte auch im Blick auf andere Projekte nichts geworden sein, In dem Fall muss ich sie sozusagen aus der Pflicht entlassen, weil so mit der Genesis dieses Films wäre es nie gelungen. Zweitens hatte ich natürlich am Anfang und bis zum Schluss das große Glück einer Familie, die das Projekt begleitet und stützt und schon darauf schaut, dass wir es irgendwie ins Ziel bringen. Und ich eine ganz andere kreative Freiheit hatte, wie wenn du dich mit einem Fernsehredakteur darüber abstimmen musst, um nicht zu sagen, herumschlagen. Okay, gibt es noch jemanden, noch eine zweite abschließende Frage? Nein? Dann darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Max, bei dir, es war wunderbar, dich als Gast zu haben. Vielen Dank. Na, ich muss mich bedanken. Also danke, dass ich da sein durfte und wie gesagt, ich kann meine kindische Freude, dass das so geworden ist und wie es sich gefügt hat, nicht verbergen und freue mich da immer, wenn ich Sie teilen darf. Danke daher sehr fürs Kommen und danke für die Einladung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte erzählen Sie es Ihren Freund. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, erzählen Sie es Ihren Feinden. Aber erzählen Sie es weiter. Danke. Danke.